Und der Bundestag befasst sich jetzt mit dem nächsten Tagesordnungspunkt. Es geht um ein Bürgerentlastungsprogramm. Zur Grunde liegt ein Antrag der FDP. Die FDP fordert die Bundesregierung auf, gerade die Rentenkasse zu schonen, sie nicht mit zusätzlichen Ausgaben zu belasten. Auch dürfe die Rentenformel, so heißt es in dem Antrag, nicht manipuliert werden. Allerdings sind ja diese politischen Themen hier bereits auf den Weg gebracht. Beispielsweise die Mütterrente, die ja im Koalitionsvertrag steht, eingebracht von der CSU. Erster Redner in dieser Debatte jetzt zu einem Bürgerentlastungsprogramm, wie es die FDP vorschlägt, ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Liberalen, Michael Theurer. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr verehrte Damen und Herren! Uninspiriert, gelangweilt und ohne Konzept. Nach zehn Jahren unter der gleichen Führung erscheint sich eine Selbstgefälligkeit und Selbstüberschätzung gepaart mit Bequemlichkeit breit zu machen. Nein, ich spreche nicht über die Nationalmannschaft. Aber die Fußball-Weltmeisterschaft ist genauso wenig etwas, auf das wir abonniert sind, wie die Export-Weltmeisterschaft. Meine Damen und Herren, Wohlstand, nachhaltiges Wachstum, Lebens- und Berufschancen für Millionen von Menschen, Chancen der zukünftigen Generation müssen täglich neu erarbeitet werden. Wir brauchen bessere Rahmenbedingungen für die Wirtschaft in unserem Land und vor allen Dingen brauchen wir eine Entlastung für unsere Bürgerinnen und Bürger. Was tut denn die Regierung für die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger? Wenn es gut geht, nichts. Wenn es schlecht geht, dann wird noch etwas draufgesattelt mit zusätzlichen Belastungen. Wir halten das für falsch. Denn wenn wir mal die Industrieländer vergleichen, dann ist die Belastung durch Steuern und Abgaben für den Normalverdiener in der Bundesrepublik Deutschland die zweithöchste aller Industrieländer. Das muss uns wachrütteln. Und wenn jetzt noch die Steuerreformen in den USA und in Frankreich dazukommen, dann fällt Deutschland auch bei den Unternehmenssteuern zurück. Heute berichtet die FAZ über die Antwort auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion. Die Antwort dürfte den Fragesteller politisch nicht zufriedenstellen, denn die Statistiken der Bundesregierung zeigen, die Einkommen aus Rente sind in den letzten Jahren schneller gestiegen als die Einkommen aus Arbeit und aus Vermögen. Wir sagen, Arbeit muss sich wieder lohnen. Wir sagen, mehr Netto vom Brutto. Wir sagen, jetzt ist es an der Zeit, die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Und meine Damen und Herren, Meine Damen und Herren, ich will zwei Punkte da mal rausgreifen, wo wir auch konkrete Gesetzesinitiativen eingebracht haben. Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Drei Millionen Personengesellschaften in Deutschland, für die ist die Einkommensteuer die Unternehmenssteuer. Und genau diesen Mittelstand, diese mittelständischen Unternehmen sollte man entlasten. Der verfassungswidrige Soli sollte weg. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen von Linksfraktion und Grünen, komplett sollte er abgeschafft werden. Und der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge. Die Experten sind sich einig. Die Wirtschaftsweisen halten eine Senkung um 0,5 Prozentpunkte für möglich. Die Sozialkassen sind keine Sparkassen. Rücklagen von 20 Milliarden reichen aus, auch um konjunkturelle Dellen abzufedern. Und deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu machen. Und da kann ich nur ermutigen, auch die Kolleginnen und Kollegen in der CDU und CSU, die das ja öffentlich immer wieder gefordert haben, dass sie das auch wollen, stimmen Sie unserem Gesetzentwurf zu. Überhaupt, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit unserem Antrag zur Bürgerentlastung, zu einem Bürgerentlastungsprogramm können Sie heute ein Zeichen setzen, dass Sie es ernst meinen, dass die Belastungsschraube nicht immer weiter nach oben gehen kann, sondern dass die Bürgerinnen und Bürger es verdient haben, jetzt einmal entlastet zu werden. Die Rede von Michael Theurer war das von der FDP-Fraktion, der ein stellvertretender Vorsitzender ist und der hier eingebracht hat, den Antrag der Liberalen für ein Bürgerentlastungsprogramm, gerade was die Rente angeht. Torbjörn Kartes für die CDU und CSU-Fraktion ist der nächste Redner. Liebe Gäste, auf den Tribünen, dieser Antrag der FDP ist ein Musterbeispiel, um zu zeigen, wo der Unterschied zwischen einem Antrag der Opposition, zwischen Handeln der Opposition und einem Gesetzentwurf der Bundesregierung liegt. Es ist vergleichsweise leicht, ein paar Zahlen in so einen Antrag reinzuschreiben, auch einige Ideen, sicher auch gute Ideen dabei, wenn man keine Regierungsverantwortung trägt. Es ist bequem, den Bürgerinnen und Bürgern Entlastungen zu versprechen, wenn man keine Haushaltsverantwortung zu tragen hat und Entlastungen im Übrigen auch nicht finanzieren, das heißt an anderer Stelle einsparen muss. Es ist einfach, der Bundesregierung vorzuwerfen, nicht in die Gänge zu kommen, wie Herr Lindner das in der letzten Woche auf seiner Pressekonferenz getan hat. Und dabei verschweigen Sie immer wieder, dass Sie mitverantwortlich sind, ganz stark mitverantwortlich sind dafür, dass es überhaupt zu diesen Verzögerungen bei der Regierungsbildung gekommen ist, meine Damen und Herren. Liebe Kollegen von der FDP, was in der Sache dann völlig falsch ist, Was in der Sache dann völlig falsch ist, ist der Bundesregierung insgesamt hier Untätigkeit vorzuwerfen. Genau das Gegenteil, meine Damen und Herren, ist der Fall. Um es ganz deutlich zu sagen, wir haben zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger und insbesondere der Familien schon eine ganze Reihe wichtiger Maßnahmen beschlossen. Und im Unterschied zu Ihnen werden wir diese in dieser Legislaturperiode auch umsetzen. Ich möchte zumindest auf zwei Punkte Ihres Antrags ganz kurz eingehen. Sie fordern eine Absenkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung um 0,5 Prozent. Das hört sich gut an. Das können wir uns auch gut vorstellen, solange die Konjunktur so ist, wie sie ist. Aber wir müssen uns auch auf andere Zeiten einstellen. Und dann wollen wir den Beitrag möglichst lange stabil halten können. Deshalb muss man solche Entscheidungen auch ganz genau abwägen, wenn man Verantwortung trägt. Und man braucht dafür im Übrigen auch Mehrheiten. Wir sind aber auch an dieser Stelle lange nicht untätig, sondern werden den Beitrag um zunächst 0,3 Prozentpunkte senken und entlasten damit ganz konkret alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land. Das ist ein guter und vernünftiger Weg. Und er ist von Verantwortung gekennzeichnet. Gleiches gilt für die Streichung des Solidaritätszuschlags ab dem Jahr 2020. Ganz klar, da wollen wir auch hin. Wir wollen auch, dass niemand mehr Solidaritätszuschlag in Deutschland zahlen muss. Da wir dies aber auch haushaltsverträglich abbilden müssen, werden wir auch hier in Schritten vorgehen. Und, das ist ja die gute Nachricht, auch die verschweigen Sie, bis 2021 werden immerhin 90 Prozent aller Steuerzahler keinen Solidaritätszuschlag mehr zahlen. Insbesondere natürlich kleinere und mittlere Einkommen. Das sind gute Nachrichten für die Menschen in unserem Land. Und es ist im Übrigen auch so, dass wir auch sonst in den 100 Tagen schon einiges auf den Weg gebracht haben, was Familien entlastet. Das ist zum einen in der gebotenen Kürze das Baukindergeld. Gestern vom Bundeskabinett beschlossen worden. Das war unsere Forderung. Das war eine Forderung der Union im Wahlkampf. Es kommt jetzt und im Übrigen auch ohne Begrenzung des Wohnraums. Wir werden zweitens das Kindergeld erhöhen. Zunächst um 10 Euro, später um 15 Euro. Also insgesamt um 25 Euro in dieser Legislaturperiode. Auch hier gehen wir in Schritten vor und verlieren vor allen Dingen nicht aus dem Auge, dass wir am Ende, und ich denke, das sind wir zukünftigen Generationen schuldig, immer auch an einem ausgeglichenen Haushalt arbeiten müssen. Und drittens, letzter Punkt, wir stellen die Parität in der gesetzlichen, die Beitragsparität in der gesetzlichen Krankenversicherung wieder her und entlasten so ganz erheblich Rentnerinnen und Rentner, Arbeitnehmer und Arbeitnehmer in unserem Land. Sie sehen also, wir sind mittendrin, wir sind mittendrin, wenn es darum geht, Menschen bei uns im Land zu entlasten. Wir werden nächste Woche den Bundeshaushalt 2018 beschließen. Dies ist ein Haushalt, der uns finanzielle Spielräume ermöglicht, um zu gestalten zu können. Und diese Spielräume sind tagtäglich erarbeitet worden von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in unserem Land, die jeden Tag früh aufstehen, die hart arbeiten und die ihre Steuern zahlen. Dafür sage ich zum Abschluss, und dazu haben wir durch Ihren Antrag immerhin Gelegenheit, ganz herzlich Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Taubhörn-Kartes. Nächster Redner für die AfD-Fraktion Martin Sichert. Meine Damen und Herren, wertes Präsidium, ich danke der FDP ausdrücklich für diesen Antrag, denn er zeigt, warum die freiheitliche Partei in diesem Land AfD und eben nicht FDP heißt. In Ihrem Antrag stehen viele gute Dinge. Ja, wir müssen die besondere Belastung der Mittelständler abbauen. Ja, wir müssen die versicherungsfremden Leistungen aus der Rentenkasse herausbekommen. Ja, wir müssen die Steuer- und Abgabenlast senken. Ja, wir müssen die Bürokratie deutlich reduzieren. Und ja, der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung gehört gesenkt. Und ja, der Solidaritätsbeitrag gehört abgeschafft. Und als jemand mit viel Erfahrung im öffentlichen Dienst, der weiß, dass wir immer noch Behörden haben, in denen jeder einzelne noch so unwichtige Vorgang ausgedruckt und in Papierform erfasst und archiviert wird, kann ich Ihnen auch aus vollem Herzen sagen, ja, die öffentliche Verwaltung braucht dringend einen Schub in Richtung Digitalisierung. All diese Forderungen sind richtig und gut. Und dann kommt da die eine Forderung, die typisch FDP ist und die die ganzen guten Ideen kaputt macht. Und diese eine Forderung lautet, ich zitiere aus Ihrem Antrag, europäisches Recht in Deutschland prinzipiell eins zu eins umzusetzen, ohne zusätzliche nationale Maßnahmen. Dieser eine Satz zeigt ganz klar den Unterschied in der Denkweise zwischen AfD und FDP. Sie wollen die nationale Souveränität aufgeben. Sie wollen den Deutschen Bundestag zu einem willfährigen Erfüllungsgehilfen Brüssels machen. Es gibt 30.000 Bürokraten der Europäischen Kommission, die alle ihren Job rechtfertigen müssen. Und wie tun die das? Ganz genau, indem sie ständig neue Bürokratie erfinden und alles in Europa bis ins letzte Detail regeln wollen. Die Europäische Union, sie ist ein Monster der Bürokratie. Sie ist das größte Hemmnis für die Wettbewerbsfähigkeit Europas. Jedes Unternehmen, jeder Freiberufler in Deutschland, der kann ein Lied davon singen, was Ende Mai passiert ist, als man, wie Sie es hier fordern, europäisches Recht in Deutschland prinzipiell eins zu eins umgesetzt hat, ohne zusätzliche nationale Maßnahmen. Ende Mai trat die Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Sie hat unglaubliche rechtliche Unsicherheit und einen immensen bürokratischen Aufwand erzeugt. Und ich möchte dazu einen kleinen Unternehmer zitieren, den Sie, liebe Kollegen von der FDP, sicherlich kennen sollten, denn er war bis 2013 Ihr Fraktionsvorsitzender hier im Deutschen Bundestag. Ich zitiere, was Rainer Brüderle diesen Monat gesagt hat. Brüssel habe ich immer sehr skeptisch gesehen, weil Brüssel zu detaillistisch hineingeht. Sie können nicht von Hammerfest bis Palermo alles gleichschalten. Das funktioniert nicht. Europa wird nur überleben, wenn wir den Ländern ein Stück Identität überlassen. Sie brauchen Wurzeln, wo sie herkommen und wo sie hingehören. Und weiter sagte er, wir stellen die Weichen in Deutschland falsch. Die Großen, Google, Facebook, alles sitzt ja drüben in Amerika. Bei uns machen wir die Datenschutzgrundverordnung, die keiner versteht. Ich habe ein kleines Unternehmen gegründet. Ich muss für meine Internetseite, wo nur ein Kontaktformular ist, sechs Seiten Datenschutzerklärung anheften. Kein Land in Europa macht das. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenbemerkung oder Fragen aus der FDP-Fraktion? Gerne. Bitte schön. Herr Kollege, Sie haben ja gerade gesagt, dass die FDP etwas ganz Schlimmes sei. Wie ist denn Ihr Vorschlag? Wollen Sie aus der Europäischen Union am liebsten austreten? Also, unser Vorschlag ist ganz klar. Unser Vorschlag ist, wir müssen alles bis ins letzte Detail prüfen, was aus Brüssel als Vorschlag kommt. Und gegebenenfalls wie bei der Datenschutzgrundverordnung muss man dann eben nationale Maßnahmen ergreifen, wie Sie beispielsweise die Österreicher ergriffen haben, die dann gesagt haben, wir nehmen die kleinen Unternehmen an der Stelle aus und wir schützen die kleinen Unternehmen vor einem massiven bürokratischen Wust, der aus Europa kommt. Also, machen wir doch mal weiter mit dem Zitat von Rainer Brüderle. Kein Land in Europa macht das. Die Österreicher führen es mit ein, aber die kleinen Unternehmen sind ausgenommen. Wir Deutschen machen den Brüsseler Blödsinn in Perfektion. Das, lieber FDP, sagt Ihr ehemaliger Fraktionsvorsitzender. Aber Sie wollen hier machen, was kein Land in Europa macht, und den Brüsseler Blödsinn perfektionieren. Und es sei Ihnen allen hier gesagt, uns ist die Souveränität Deutschlands heilig. Wir werden im Gegensatz zu Ihnen nicht zum Vollstrecker der Befehle von Herrn Juncker werden. Sie mögen statt von Deutschland nur noch von unserem Land reden. Sie mögen von den Deutschen nur noch als den länger hier in diesem Land Lebenden reden. Und Sie mögen aus der Nationalmannschaft die Mannschaft gemacht haben und in ihr Leute spielen lassen, die mit der Verehrung eines islamistischen Autokraten die deutschen Grundwerte mit Füßen treten. So, Herr Sichert, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Janicek, Bündnis 90 Die Grünen? Sehr geehrter Herr Sichert, ich glaube, die Gesetze der Logik müssen in Ihren Ausführungen noch ein bisschen bedacht werden, weil Sie können ja nicht auf der einen Seite die relativ schlanke Europäische Datenschutz-Grundverordnung dafür hernehmen, dass die Ausführungsbestimmungen in den Nationalstaaten, die wiederum durchaus zu kritisieren sein können, dann das Problem sind. Also, wo sind Sie jetzt? Wollen Sie 28 verschiedene Einzelstaatsregelungen in allen bürokratischen Bereichen und dann den Unternehmen, den Mittelständern erklären, dass sie auf dem europäischen Binnenmarkt gut agieren können, wenn Sie 28 Rechtssysteme beachten müssen? Oder ist es vielleicht sinnvoll, dass wir eine europäische Regulierungsebene haben, die möglichst schlank und gut ist? Das ist beim Handeln das Gleiche. Wollen Sie, dass wir 28 Einzelhandelsabkommen mit den USA abschließen? Glauben Sie, dass wir dann überhaupt noch eine Chance hätten jetzt im internationalen Kontext? Was Sie machen, ist zu behaupten, dass nationalstaatlich uns stark macht. Das Gegenteil ist der Fall. Nur europäisch können wir stark agieren. Was Sie machen, ist gegen die Interessen unseres Landes. Auf die Frage antworte ich sehr gerne. Ich zitiere noch mal Rainer Brüderle. Sie können nicht von Hammerfest bis Palermo alles gleichschalten. Das funktioniert nicht. Wir sind als Abgeordnete in den Deutschen Bundestag gewählt. Und das ist die Verantwortung von jedem, der in diesem Parlament sitzt, dass wir die besonderen Herausforderungen und die besonderen Anforderungen in Deutschland berücksichtigen und nicht eins zu eins alles durchwinken, was aus Europa kommt, sondern schauen, wie es für Deutschland vernünftig ist und sinnvoll umgesetzt werden kann. Das ist die Aufgabe jedes Volksvertreters, jedes Abgeordneten im Deutschen Bundestag. So, und Ihr Plan, den Sie jetzt hier auch mit Ihren Zwischenfragen wieder bestätigt haben, den Deutschen Bundestag zum Abnickverein der EU zu machen, den werden wir zu verhindern wissen. Und ich werde, ich prophezeie Ihnen eins, solange wir Deutschland an Brüssel verscherbeln wollen, solange wird die AfD von Wahlsieg zu Wahlsieg eilen, weil die Deutschen sich eben nicht zu fremdbestimmten Untertanen von 30.000 Bürokraten in Brüssel machen lassen wollen. Und wenn Christian Lindner sagt, jede Lösung fängt für uns mit einem Wort an, und dieses Wort heißt Europa, dann sagen wir, jede Lösung muss sich an den Interessen des deutschen Volkes, nicht der EU, orientieren. Das ist unser Auftrag hier als Volksvertreter. Und deswegen werden wir uns mit aller Kraft jedem entgegenstellen, der Deutschland im Rahmen der EU gleichschalten lassen will. Denn Deutschland ist unsere Heimat. Wir haben nur diese eine Heimat, und die werden wir nicht aufgeben. Die Rede von Martin Sichert für die AfD-Fraktion war das, der hier stark gemacht hat, die Interessen des deutschen Volkes gegen die der Europäischen Union bzw. der Bürokratie in Brüssel. Weiter geht es mit Gabriele Hiller-Oben für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ja, da sage ich nur, oje, AfD. Und komme zum Antrag der FDP. Liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, Ihr Antrag erinnert mich an eine Streuobstwiese. Sie reihen Vorschläge aus den unterschiedlichsten Bereichen aneinander, verzichten auf ein Gesamtkonzept und nennen Ihren Antrag dann auch noch Bürgerentlastungsprogramm. Was Sie uns präsentieren, sind in der Mehrzahl allerdings alte Güte. Und vieles, was Sie fordern, machen wir schon. Da verfahren Sie nach dem Motto, an der Fleischertheke darf es auch noch etwas mehr sein. Dazu ein Beispiel. Die SPD sagt im Koalitionsvertrag, wir wollen die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung um 0,3 Prozent senken, um die Beitragszahler und Beitragszahlerinnen zu entlasten. Sie schreiben, oh nein, das ist ja viel zu ängstlich und fordern stattdessen eine Senkung von 0,5 Prozent. Wir wollen im Gegensatz zu Ihnen die Rücklagen der Sozialkassen nicht zu stark angreifen. Zurzeit haben wir eine sehr gute Konjunkturlage und wir werden alles dafür tun, dass es auch so bleibt. Aber leider schwappt die unsägliche American-First-Handelspolitik auch zu uns rüber und könnte unseren Wirtschaftsaufschwung dämpfen. Außerdem hat sich die SPD im Koalitionsvertrag einiges vorgenommen, das natürlich auch solide finanziert werden muss. So werden wir, übrigens genau wie Sie es in Ihrem Antrag fordern, eine Bildungs- und Weiterbildungsoffensive starten. Damit machen wir die Menschen fit für die Zukunft und die Herausforderungen des digitalen Wandels. Dafür brauchen wir die Rücklagen der Bundesagentur für Arbeit. Und endlich stellen wir auch die Rentenpolitik auf sichere Beine. Sie kritisieren das. Ich sage, danke Andrea Nahles, danke Hubertus Heil. Die SPD will das Rentenniveau mit mindestens 48 Prozent stabilisieren und damit den Rentnerinnen und Rentnern Sicherheit geben. Die Beiträge sollen nicht über 20 Prozent steigen. Damit sorgen wir dafür, dass die Beschäftigten nicht zu stark belastet werden. Die Vorschläge der SPD sind eins zu eins in den Koalitionsvertrag eingeflossen. Und das, meine Damen und Herren, ist auch gut so. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle kennen die Geschichte vom Hasen und dem Igel. Und genau diese Geschichte finden wir im Antrag der FDP. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, fordern den Ausbau der Infrastruktur, mehr Investitionen in Bildung, Kitas, Ganztagsbetreuung, Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur, leistungsfähige Datennetze und Anreize zur Schaffung von Wohneigentum. Wenn Sie in unseren Koalitionsvertrag schauen, finden Sie gerade zu diesen Bereichen sehr viele ganz konkrete Maßnahmen. Anreize zur Schaffung von Wohneigentum haben wir zum Beispiel gerade schon vor wenigen Tagen mit dem Baukindergeld auf den Weg gebracht. Da sage ich nur, arme Hase FDP, Sie laufen, wir machen. In Ihrem vorgelegten sogenannten Bürgerentlastungsprogramm fordern Sie unter anderem auch mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit. Sie wollen, dass Beschäftigte zukünftig noch länger als bisher am Stück arbeiten. Acht bis zehn Stunden am Tag sind Ihnen nicht genug. Sie lassen bei dieser Forderung den Arbeitsschutzgedanken vollkommen außer Acht und geben vor, die Menschen wollten gerne mehr als zehn Stunden arbeiten. Nein, das wollen Sie nicht, meine Damen und Herren. Sie müssen es oft, weil Sie im Gegensatz zu uns Gutverdienenden keine andere Wahl haben. Es ist erwiesen, dass Arbeitszeiten ab der neunten Stunde schwerwiegende gesundheitliche Auswirkungen haben können. Ihr Angriff auf das Arbeitszeitgesetz hat nichts, aber auch rein gar nichts mit Bürgerentlastung zu tun. Es ist als klares Entlastungsgeschenk an Unternehmen gedacht, die Arbeit nicht am Menschen, sondern am Profit ausrichten. Liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, ich komme zum Schluss. Sie wollen in Ihrem Antrag den Abbau von Bürokratie. Ja, genau das wollen SPD und CDU CSU. Das dritte Bürokratie-Entlastungsgesetz ist fest im Koalitionsvertrag verankert und wird kommen. Sie lehnen, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, auch hier sind Sie wieder in der Rolle des mittlerweile sehr erschöpften Hasen. Danke. Danke, Frau Bedeutung. Die Rede von Gabriela Hiller-Ohm war das, die hier zum Unmut der Sitzungsleiterin, den Bundestagsvizepräsidenten Claudia Roth, ihre Redezeit überzogen hat. Sie hat den Antrag der FDP kritisiert und zum Teil aber auch gesagt, dass das, was die FDP wolle, durchaus ein Teil des Koalitionsvertrages sei, nämlich der Abbau von Bürokratie. Noch einmal spricht hier Claudia Roth über die Zeit der Sitzung nach dem jetzigen Stand. Wir sind etwa eine Stunde hinter dem geplanten Ablauf, geht die Sitzung bis weit nach Mitternacht. Umso dringender die Ermahnung an alle, sich an die Redezeit zu halten. Bernd Rixinger für die Linksfraktion ist der nächste Redner. Wer den Antrag der FDP liest, stellt fest, dass sie darin ihre neoliberalen Ladenhüter der letzten Jahre aufwärmt. Mehr ist es nicht. Die FDP fordert mehr Wettbewerb im Gesundheitssystem, mehr private Investoren bei der öffentlichen Infrastruktur und eine Liberalisierung der Arbeitszeit. Alles nicht neu, alles wie gehabt. Das sind die Rezepte der sozialen Kälte aus der Küche von McKinsey und Goldman und Sachs. Diese Art von Entlastung wird die Mehrheit der Beschäftigten und der Bürger und Bürgerinnen mehr belasten und nicht weniger. Über Jahrzehnte ist nur eine Gruppe wirklich spürbar entlastet worden. Das sind die Reichen und Superreichen in diesem Land. Daran will die FDP selbstverständlich nichts ändern. Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger entlastet werden, aber auf eine Art und Weise, die für mehr Gerechtigkeit sorgt, die die Lebensverhältnisse der Mehrheit der Menschen in diesem Land verbessert. Es ist höchste Zeit, Bürgerinnen und Bürger zu entlasten, indem zum Beispiel die Zuzahlungen in der Gesundheitsversicherung gestrichen werden. Wir können und wollen auch die Beiträge zur Krankenversicherung senken. Wenn das aber nicht auf Kosten der Pflegekräfte und der medizinischen Versorgung gehen soll, dann muss man schon den Mut haben, die Finanzierung auf eine andere Grundlage zu stellen. Das bedeutet eben, dass alle in die gesetzliche Versicherung einzahlen, auch Beamte, auch Politiker und auch Selbstständige. Und es müssen alle Einnahmen veranlagt werden, auch Mieteinnahmen von Immobilienbesitzern, auch Dividenden von Großaktionären. Das wäre gerecht. Und das Gegenteil der Klientelpolitik der FDP. Auch die Mehrheit der Mieterinnen und Mieter muss dringend entlastet werden. Es kann doch nicht sein, dass bei einer Krankenpflegerin oder einer Erzieherin in Stuttgart oder München 50 oder gar 60 Prozent des Lohnes für die Miete draufgehen. Und die Mieten sind doch gerade wegen der Deregulierung und wegen der Marktorientierung der Wohnungspolitik in die Decke geschossen. Deshalb müssen die Mieten gedeckelt werden und Hunderttausende Sozialwohnungen gebaut werden in öffentlicher und genossenschaftlicher Hand. Es wird höchste Zeit, dass die unteren und mittleren Einkommen entlastet werden. Im Unterschied zu allen anderen Parteien haben wir ein Konzept vorgelegt, bei dem alle unter 7.000 Euro Monatseinkommen deutlich entlastet würden. Bei uns würde die Busfahrerin, die Verkäuferin, der Facharbeiter und die Sozialarbeiterin zwischen 100 und 250 Euro mehr im Monat herausbekommen. Dafür muss man aber schon den Mut haben, diejenigen, die Hunderttausende oder Millionen verdienen, stärker zu besteuern. Wir wollen die Bürgerinnen entlasten, indem wir ihnen gute Kitas, ordentliche Schulen, gesunde Krankenhäuser und einen gut angebundenen, günstigen Nahverkehr bieten. Die Fahrpreise müssen gesenkt werden. Bund und Länder müssen deutlich mehr investieren in Bildung, Gesundheit und Infrastruktur, statt sich dem neoliberalen Diktat der schwarzen Null und dem Artenschutz für Superreiche zu beugen. Oder anders gesagt, Milliardäre und Millionäre müssen endlich höhere Steuern zahlen, damit Altenpflegerinnen und Erzieherinnen besser bezahlt werden können. Der Antrag der FDP erfüllt nicht ein einziges dieser Kriterien. Deshalb lehnen wir ihn ab. Dann Rixinger war das für die Linksfraktion und er hat hier deutlich gemacht, was er kritisiert an diesem Antrag der FDP. Weiter geht es mit Markus Kurth, dem Sprecher für Rentenpolitik der Bündnis Grünen. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Rixinger, ich habe in meinem Büro gewettet, wie viele Sekunden es dauert, bis Sie zum ersten Mal das Wort neoliberal sagen. Ich habe auf 28 Sekunden getippt und die Wette jetzt verloren. Ich finde, man kann es sich so einfach mit dem Antrag der FDP nun auch nicht machen, denn einige dieser Forderungen muss man sich durchaus überlegen. Zum Beispiel gleich beim ersten Forderungspunkt fordern Sie, die Rentenkasse nicht mit zusätzlichen versicherungsfremden Ausgaben zu belasten. Wohl wahr. Da blicke ich, Mütterrente ist das Stichwort, auf die Große Koalition. Aber, liebe FDP, was hatten wir denn vereinbart in den Sondierungsgesprächen? Das kann ich Ihnen, auch wenn das schon einige Monate zurückliegt, an dieser Stelle nicht ersparen. Wir haben Formulierungen gehabt wie, wir wollen die Sozialversicherungsbeiträge stabilisieren, dazu sollen unter anderem versicherungsfremde Leistungen aus Steuern finanziert werden. Warum haben Sie diese Gelegenheit nicht wahrgenommen? Oder eine weitere Forderung aus Ihrem Antrag. Die Bundesagentur für Arbeit soll mit eingebunden werden, um die Qualifizierung Beschäftigter mit einer Teilfinanzierung zu unterstützen. Sehr richtig. Auch wir fordern die Entwicklung der Bundesagentur für Arbeit zu einer Arbeitsversicherung. Wir hatten vereinbart, dass wir Langzeitarbeitslosen mit nachholender Qualifizierung den Einstieg in den Arbeitsmarkt erleichtern wollen. Sie haben gekniffen. Das muss einem klar sein. Und das ist der Vorwurf, den man der FDP an dieser Stelle mit diesem Antrag viel eher machen kann. Und wenn Sie ehrlich sind, dann geben Sie doch zu, dass Sie abends in Ihre Kissen weinen und jetzt sehen, was hier passiert ist. Und in den Umfragen haben Sie ja auch dafür die Quittung bekommen. Sie haben ja die Quittung bekommen, sind etwas abgesagt. Jetzt kommen Sie wieder ein Prozentpunkt in den Umfragen nach oben, weil sich eine Partei als politisch noch verantwortungsloser entpuppt, um eine ganze Zehnerprozentenz gleich, und das ist die CSU. Aber dann muss ich noch in der knappen Zeit, die ich habe, doch auf ein paar Widersprüche eingehen. Wenn Sie fordern, dass die Bundesagentur für Arbeit Qualifizierung auch von Beschäftigten mitfinanzieren muss, dann passt das nicht zusammen damit, dass Sie den Arbeitslosenversicherungsbeitrag noch weiter absenken sollen. Ein klarer Widerspruch. Und wenn Sie, was ja löblich ist, Kitas und schulische Bildung ausbauen wollen, dann können Sie nicht den Soli vollständig abbauen oder die Grundsteuer als Einnahmequelle der Länder, die auch für die Finanzierung der Kommunen dient, einfach schwächen. Auch das ein eklatanter Widerspruch. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Vogel, FDP? Ja, bitteschön, gerne. Kurz. Das gilt für alle. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ja, lieber Markus Kurth, auf dein selektives Gedächtnis unserer gemeinsamen Jamaika-Gespräche will ich gar nicht eingehen, sondern nur fragen, ob dir die letzte Finanzprojektion der Bundesagentur für Arbeit bekannt ist, die nämlich sagt, dass selbst bei einer Absenzung um 0,5 Prozent Beitragssatz jedes Jahr noch zusätzliche Milliarden Gewinn gemacht werden, die in die Weiterbildung von Beschäftigten gesteckt werden können. Und wenn das so ist, wäre es dann nicht sinnvoll, die Beschäftigten wirklich zu entlasten. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Großen Koalition, wenn auf der einen Seite um 0,3 gesenkt wird, nur 0,3, und auf der anderen Seite Sie bei der Pflege um 0,3 erhöhen, dann entlasten Sie die Beschäftigten leider um 0,0. Und das ist nicht überzeugend. Herr Kurt, bitte. Herr Vogel, Sie wissen, dass die Weiterbildung und Qualifizierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, gerade im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen, vollkommen unzulänglich ist. Und zwar nicht nur, weil Kleinunternehmen nicht so große Budgets haben, sondern weil dort die Fluktuation von Beschäftigten auch relativ hoch ist. Und Sie nicht wissen, wenn Sie in eine Weiterbildung oder eine umfassende Qualifizierung investieren, ob der Beschäftigte in fünf Jahren noch bei Ihnen angestellt ist und ob Sie das Geld nicht in den Sand gesetzt haben. Und genau aus diesem Grunde, weil wir in diesem Segment mehr Beschäftigung und auch Zukunftssicherheit angesichts des digitalen Wandels brauchen, brauchen wir einen richtig massiven Einstieg in die Qualifizierung von Beschäftigten. Und dafür brauchen wir diese Mittel. Und Sie sollten zu guter Letzt, wir diskutieren das ja noch im Ausschuss, sich auch mal fragen, ob Sie wirklich eine wirksame Entlastung für viele wollen oder eben nur eine sogenannte Entlastung für wenige. Sie wollen in der Grunderwerbsteuer Freibeträge einführen. Ich sage Ihnen, wie Sie die Leute viel mehr entlasten, wäre zum Beispiel durch die Abschaffung der Modernisierungsumlage, wo Millionen Mieter zittern. Die Modernisierungsumlage ist im Moment mit den niedrigen Zinsen praktisch eine Lizenz zum Gelddrucken für Leute, die die notwendigen Sanierungen teilweise unterlassen. Das machen große Wohnungsbaugesellschaften bei mir in Dortmund im Moment, die LEG. Und auf der anderen Seite bauen Sie den Balkon außen dran, finanzieren das Ganze fast zu 0 Prozent am Kreditmarkt und erhöhen dann die Miete um 11 Prozent mit der Modernisierungsumlage. Hier sind die großen Zukunftsthemen, die Sie anpacken könnten. Und Sie könnten genauso stattdessen von der Großen Koalition, das möchte ich noch mal an der Stelle loswerden, Subventionen, die sinnlos sind, die die Immobilienpreise treiben, wie das Baukindergeld ebenfalls unterlassen, um die Bevölkerung zu entlasten und Spielräume zu schaffen finanzieller Art. Das werden wir im Ausschuss diskutieren. Ich glaube, wir haben da noch einiges, womit man Ihren Antrag qualifizieren kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Markus Kurth war das, Bündnis 90 Die Grünen. Ganz vom Tisch wischen könne man den FDP-Antrag zu einem Bürgerentlastungsprogramm durchaus nicht. Es gäbe aber auch andere Themen, die die Bürgerinnen und Bürger im Land bewegten, hat er gesagt. Weiter geht es jetzt mit Antje Lezzius für die CDU-CSU. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Kita-Ausbau, mehr Geld für Bildung, sinkende Krankenkassenbeiträge, ein Sofortprogramm für die Altenpflege und die Brückenteilzeit, neue Programme für Langzeitarbeitslose, die Neuregelung des Familiennachzugs für Flüchtlinge, mehr Verbraucherrechte durch die Musterfeststellungsklage, ein schuldenfreier Bundeshaushalt mit Rekordinvestitionen bis zum Jahr 2022, das Ende des Kreditprogramms für Griechenland, neue Kommissionen für die wichtigen Zukunftsfragen der Digitalisierung, der beruflichen Bildung und für die Entwicklung einer generationengerechten Rente und für das Hier und Jetzt 10 Milliarden Euro Entlastung für Familien und das neue Baukindergeld. All das haben wir in den ersten 100 Tagen beschlossen oder schon umgesetzt. Ein ganzes Bündel an Maßnahmen ist auf den Weg gebracht und viele weitere werden folgen. Das alles bezeichnet die FDP in ihrer Kampagne öffentlich als Katastrophe. Liebe Kollegen und Kolleginnen der FDP, Sie übertreiben hier nicht nur, Sie liegen falsch. Mit den Maßnahmen verbessern wir ganz konkret die Lebenssituation unserer Bürger und Bürgerinnen. Viele werden sich wohl über Ihre Wortwahl die Augen reiben. Tatsächlich findet sich vieles, was Sie hier als Bürgerentlastungsprogramm mit uns debattieren, in unserem Koalitionsvertrag wieder. Die Überschrift lautet ganz ähnlich, Entlastung der Bürgerinnen und Bürger. Es freut mich also, dass hier zwischen Koalition und Opposition so viel Einigkeit herrscht und so vieles aus dem Koalitionsvertrag, wir haben es eben schon mal gehört, im Blumenstrauß des breit gefächerten Antrags der FDP wiederzufinden ist. Doch wir von der Union haben Bürgerentlastung nicht nur im Wahlkampf angekündigt, sondern waren auch bereit, den Wählerauftrag anzunehmen und können die Punkte jetzt umsetzen. Ich glaube, das müssen Sie sich noch ein paar Mal anhören. Wir werden bis 2021 für unter- und mittlere Einkommen den Solidaritätszuschlag abschaffen. Wir werden die Einkommenssteuertarife bereinigen. Stichwort kalte Progression. Wir werden die Geringverdiener bei den Sozialbeiträgen entlasten. Auch eine Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung ist bereits vereinbart. Umso höher die Entlastung ausfällt, natürlich umso besser. Wir müssen jedoch sicherstellen, dass die Rücklagen der Bundesagentur ausreichend hoch sind, um in Krisenzeiten für Stabilität zu sorgen. Was wir nicht tun werden, das ist am Fließband Gesetze produzieren, ohne sie ausreichend zu prüfen und die Finanzierung sicherzustellen. In der letzten Wahlperiode haben wir knapp 80 Prozent unserer Vorhaben umgesetzt. Meine Damen und Herren, versprochen gehalten. Auch in dieser Wahlperiode haben wir direkt nach der Koalitionsbildung, sie hat zwar ein bisschen gedauert, aber mit der Umsetzung des vereinbarten Regierungsprogramms begonnen. Jetzt sind die ersten 100 Tage vorbei. Über 1300 Tage liegen noch vor uns. Ich bin zuversichtlich, dass wir wieder eine hohe Prozentzahl, ja vielleicht noch eine höhere Prozentzahl erreichen werden. Wir meinen es ernst, verantwortungsvoll im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Und für meine beiden neuen Enkel, die vor ein paar Stunden geboren wurden. Dankeschön. Ja, das war ja ein schöner Schluss der Rede. Antje Letzius, Großmutter von zwei heute geborenen Enkelkindern, Zwillingen. Glückwünsche auch von Claudia Roth, der Bundestagsvizepräsidentin. Nächster Redner ist jetzt gleich Lothar Binding, der finanzpolitische Sprecher der SPD. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren. Ich finde, zu einer Gratulation muss so viel Zeit sein. Sonst sind wir kulturell sozusagen kurz vor dem Ende, wenn das nicht mehr gehen würde. Es gab mal ein Plakat von der FDP, ich kann mich nicht mehr erinnern, aus welchem Jahr, mehr Netto vom Brutto. Und ich habe mich damals immer gefragt, weil der Herr Theurer das wieder zitiert hat, wo das endet. Das endet dort, wo Netto gleich Brutto. Denn immer ist mehr Netto vom Brutto erst dort zu Ende, wo Brutto gleich Netto. Was ist eigentlich die Differenz, doch? Was ist eigentlich die Differenz zwischen Netto und Brutto? Das will ich Ihnen sagen. Straßenbau, auf denen alle fahren, Theater, in die alle gehen können, innere Sicherheit, die allen dient, eine gute Polizei, die allen hilft, Schulen, in die alle gehen können, Bildung, berufliche Bildung, Frieden in Europa, Kindergärten, Schienen, auf denen alle fahren können, Datennetze, auf denen unsere Daten fließen, geförderter Wohnungsbau, Kindergeld, Kinderzuschlag und so fort. All das ist die Differenz zwischen Brutto und Netto. Und wenn Sie die abschaffen wollen, dann gut nach Deutschland. Also, das ist keine gute Sache. Ich verstehe aber ehrlich gesagt, weil der Herr Lindner so nett lächelt, warum die FDP nicht regieren wollte. Ich verstehe das. Weil dann hätte man so einen Antrag gar nicht stellen können, weil der klingt ja unheimlich gut. Das ist so ein, ich wünsche mir was, Antrag. Und ich muss sagen, da findet sich noch ein verräterischer Satz, weil Bürgerentlastung klingt ja gut. Aber wenn man mit der Sache ein bisschen auf die Spur gehen will, dann merkt man, da steht drin, es gilt wieder eine faire Balance zwischen den Belastungen der Bürgerinnen und Bürger und den Einnahmen des Staates herzustellen. Ehrlich gesagt, die Einnahmen des Staates sind doch die Belastungen des Bürgers, die sind doch gerade zugleich. Die Steuereinnahmen der Bürger, die die Bürger zahlen, sind die Einnahmen des Staates. Da gibt es keine Fairness herzustellen, das ist ja sogar gleich. Es ist anders. Die Bürgerinnen und Bürger sind nämlich der Staat. Das ist die zweite Dimension. Ich kann keine Differenz sehen zwischen uns als Bürgern und unserem Staat. Deshalb sagen wir auch Staatsbürger. Also irgendwie ist das sehr verständlich. Also mit uns geht es vielmehr um die Frage der Differenz von Arm und Reich. Da könnte man mal genauer hingucken und nicht um die Differenz zwischen Bürger und Staat. Also Sie wollen und Sie sagen, Sie wollen die Steuerlast gerade bei den kleinen und mittleren Einkommen am stärksten entlasten. Das sage ich, gute Idee. Und Sie tragen dann vor, der zweite Tarifeckwert nach rechts zu schieben. Jetzt frage ich, hilft dieser Vorschlag tatsächlich der Behauptung, die Sie da aufstellen, nämlich kleinere und mittlere zu entlasten. Die Antwort ist nein. Es entlastet die Oberen stärker. Und übrigens ist das systematisch auch unvermeidbar. Wenn man Steuern senkt, auf diese Weise entlastet das die, die am meisten bezahlen, am stärksten. Also das wollen Sie. Sie haben es aber nicht ganz explizit. Hätten Sie es explizit und ehrlich gemeint, dann hätten Sie gesagt, wir müssen den Spitzensteuersatz, der heute schon bei weniger als dem Doppelten des Durchschnittseinkommens beginnt, deutlich nach rechts verschieben. Das wäre unbezahlbar. Also wäre es gerecht zu sagen, wir heben den Spitzensteuersatz aber deutlich an. Das wäre ein richtig guter FDP-Vorschlag, weil das die Steuerstrukturkurve nämlich aufräumen würde und zurückführen würde auf eine gerechte Progression. Stattdessen beantragen Sie ein Sammelsurium von Steuergeschenken. Sie nehmen sozusagen den Staatsbürgern, geben ihnen zurück, was sie ihnen vorher genommen haben. Also das macht irgendwie keinen Sinn. Wir lehnen auch diese unrealistischen Versprechungen ab. Das ist das Blaue vom Himmel. Und deshalb ist es schön, das hat Gabriele Hiller um schon vorgetragen, einige Kollegen von der CDU, welche Maßnahmen wir konkret machen. Da ist nicht wünsch dir was, sondern ganz konkret. Und da ist etwas richtig Dummes dabei. Das, was wir vorschlagen und machen, muss ja bezahlt werden. Das Familienentlastungsgesetz muss im Haushalt abgebildet werden. Der Grundfreibetrag soll angehoben werden. Kalte Progression wird kompensiert. Steht bei Ihnen auch wieder drin. So etwas überflüssig ist schon immer erledigt, die kalte Progression. Seit über 20 Jahren wird sie kompensiert. Ja, Sie müssen nur ein bisschen auf die Tarife schauen, auf die Bemessungsgrundlage. Eine kleine Rechnung muss man anstellen, um das zu sehen. Das stimmt. Wir wollen den Solidaritätszuschlag abschaffen. Zur Hälfte in einem ersten Schritt. Dann sehen wir mal später, ob sich da noch mehr machen lässt. Das Kindergeld wird angehoben und es ist alles finanziert. Und das macht unsere Arbeit seriös. Und Ihre Arbeit ist dort, wo ich sie eben angesiedelt habe. Schönen Dank. Luther Binding war das, der finanzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion und seine Kritik an diesem Antrag der FDP. Einen Redner haben wir noch in dieser Debatte. Das ist Stefan Stracke für die CDU-CSU. Grüß Gott, Frau Präsidentin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dass dem Kollegen Binding natürlich angesichts der Rekordsteuereinnahmen gleich die Erhöhung des Spitzensteuersatzes einfällt, ist natürlich eine Spezialität der SPD. Aber nun zur FDP. Ja, wenn man sich diesen Antrag tatsächlich ansieht, das ist ja ein wildes Sammelsurium von Einzelvorschlägen ohne erkennbar konzeptionellen roten Faden. Auch kein einziges Wort im Übrigen, welche finanziellen Auswirkungen denn die vorgeschlagenen Maßnahmen denn tatsächlich hätte. Also der Antrag atmet tatsächlich so etwas von einem Wühltisch beim Schlussverkauf. Man gräbt sehr lange und am Ende findet man tatsächlich nichts Gescheites. Und deswegen will ich mich mit dem Antrag auch gar nicht inhaltlich so intensiv befassen, sondern einfach mal deutlich machen, was diese Regierungskoalition tatsächlich tut. Sie steht nämlich für Entlastung der Bürgerinnen und Bürger. Wir halten in diesem Bereich Wort und haben schon in den ersten 100 Tagen im Amt zwei große Entlastungspakete auf den Weg gebracht. Im Umfang von 12 Milliarden Euro für 2019 und 18 Milliarden ab dem Jahr 2020. Dabei steht zum einen im Vordergrund, wir wollen den Beitrag zur Krankenversicherung wieder zu gleichen Teilen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zahlen. Das ist gut, das kommt vor allem den Mitgliedern der gesetzlichen Krankenversicherung zugute mit einem Lastungsvolumen von jährlich 8 Milliarden Euro. Und da schruggelt die FDP an dieser Stelle, da ist ganz offenkundig, wir wollen, dass den Bürgerinnen und Bürgern, den Versicherten, mehr Geld in der Tasche bleibt. Die FDP will das natürlich nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind diejenigen, die einen klaren Schwerpunkt setzen bei den Familien mit Kindern. Sie erhalten eine milliardenschwere Unterstützung durch den Bund. Ich denke hier an das Kindergeld, das wir erhöhen, den Kinderfreibetrag, den wir erhöhen, das steuerliche Existenzminimum, das wir anheben wollen, den Abbau der kalten Progression. Und davon profitieren vor allem die unteren und mittleren Einkommen mit einem Entlastungsvolumen von 4 Milliarden Euro im nächsten Jahr. Und das steigt dann auf über 10 Milliarden Euro an. Das zeigt, auch wir haben einen klaren Blick auf diejenigen, die es nötig haben, diejenigen, die Kinder sind, diejenigen, die Familien sind. Und deswegen stellen wir das auch in den Vordergrund. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kollegin Hiller-Ohm hat ja die Arbeitslosenversicherung angesprochen gehabt. Wir haben uns im Rahmen des Koalitionsvertrages darauf verständigt, 0,3 Prozentpunkte absenken zu wollen. Das ist auch fest so vereinbart. Ich hoffe, der Minister bringt es jetzt auch mal auf den Weg in dem Bereich. Aber dennoch. Die Idee dabei war ja, wir wollen die Menschen netto entlasten in Höhe von 1,8 Milliarden Euro. Jetzt sehen wir natürlich die Entwicklungen, die wir bei der Pflegeversicherung beispielsweise haben. Und deswegen ist es ja sinnvoll, hier mehr zu gehen, was die Arbeitslosenversicherung angeht, auf bis zu 0,5 Prozent. Und die Rücklagen sind doch da. Die Rücklagen sind da. 22,5 Milliarden am Ende dieses Jahres. Und es baut sich selbst bei 0,5 Prozentpunkte auf über 28 Milliarden Euro auf. Der Spielraum ist da. Und deswegen sollten wir das in dieser Form einfach auch tun, weil es auch dem Geist letztendlich atmet, des Koalitionsvertrages. Und wir haben auch noch ein Wesentliches für Familien auf den Weg gebracht, nämlich das Baukindergeld. Baukindergeld ein schneller und wirksamer Impuls für die Eigentumsbildung von Familien. 12.000 Euro Zuschuss pro Kind. Wirkung ab dem 1. Januar diesen Jahres. Und Bayern legt auch noch 3.000 Euro pro Kind dazu. Das nennt man Baukindergeld plus. Da merkt man ein großer Wurf fürs Wohnen. Und es gibt auch einen echten Schub für mehr in diesem Bereich. Und das zeigt, wir gehen entschlossen daran an, die Menschen zu entlasten. Was tun wir in dieser Koalition und vor allem unter dieser Bundesregierung? Herzliches Dankeschön. Stefan Stracke war das CDU-CSU-Fraktion. Seine Kommentare hier zum Bürgerentlastungsprogramm der FDP. Dieser Antrag der Liberalen, der wird jetzt in den Ausschuss überwiesen, dort weiter beraten. Das heißt also jetzt hier nicht abgestimmt. Insofern geht es relativ zügig weiter zum nächsten Thema.